Thomas, du hast heute gegen, ich sag mal, den größten eigentlich im Zuständnis gespielt, gegen deinen Konkurrenten aus China. Mit welchem Gefühl geht man so ein Match vorher rein? Ist man dann angespannt oder bist du da eigentlich noch relativ relaxed gewesen? Ja, es ist eigentlich das einfachste Match des Jahres, weil man hat nichts zu verlieren. Ich wusste die Taktik, ich wusste wie es geht, ich habe ihn die zwei Male vorher jetzt im Turnier geschlagen und ja, ich war eigentlich relativ locker. Der erste Satz war relativ flott rum, dann bist du aber immer mehr reingekommen, also es wurde immer enger gegen Ende hin. Mit welchem Gefühl geht man denn dann vielleicht noch ins Team-Match rein, wenn man weiß, okay, die Chance ist da, ich kann ihn eigentlich schlagen? Ja, genau, also das muss ich mitnehmen, dass ich ihn auf alle Fälle schlagen kann und auch will. Und ja, vielleicht nächstes Mal einfach versuchen, den ersten Satz nicht leicht abzugeben, auch ein bisschen früher mitzuspielen, wenn man nicht erst Mitte des zweiten Satzes anfängt, schnell zu spielen und ja, dann sieht es auf alle Fälle ganz anders aus. Wie siehst du denn deine Chancen oder eure Chancen noch jetzt für das anstehende Match oder für die anstehenden Matches? Ja gut, wir sind Weltmeister geworden vor zwei Jahren, das heißt, wir sind hier an eins gesetzt, wir sind, glaube ich, auf alle Fälle im Titelkreis dabei und ja, dem wollen wir gerecht werden, wir wollen auf alle Fälle ins Finale und ja, darauf liegt jetzt der Fokus. Wie war denn die Stimmung in der Halle heute? Ja, es macht hier mega Spaß, also die Menschen hier sind alle sehr emotional, es macht mega Spaß da zu spielen und ja, man fühlt sich sehr wohl da unten. Und wie ist die Stimmung sonst im Team bei euch, bei den Tischtennisspielern und vielleicht auch allgemein in der deutschen Mannschaft, im Olympischen Dorf, wenn man da ist, was kann man da so aufsaugen von der Atmosphäre? Ja, sehr cool, die meisten kennen sich oder kannten sich vorher schon, man lernt hier unglaublich viele neue Menschen kennen und das Zusammenleben, wirklich das Essen, der Tagesablauf, das macht unheimlich viel Spaß und das genießt man und ja, das kriegt man ja nur alle vier Jahre und deswegen, man versucht das aufzusaugen. Hast du dir denn schon irgendwas vorgenommen, wenn die Wettkämpfer alle rum sind, dass du dir noch irgendwas anschauen willst? Ja, habe ich mir viel vorgenommen, ich habe allerdings noch zu gar nichts geschafft, deswegen nehme ich mir jetzt erstmal nichts mehr vor, dann schaffe ich es vielleicht irgendwo hin.